Hallo zusammen. Hi Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, der Dienst eines Paladins als of the Paladin anzunehmen bei Gunsars Rock auf der Winsel des Verbanden an dieser Position. Forquest war die Vorwerte aufstocken. Solltet ihr weitere Fragen haben zu Forquest oder Forgequest, schaut in die Videobeschreibung. Da habe ich euch mehrere Videos verlinkt, wo ich die komplette Insel des Verbanden am Stück aufgenommen habe. Also vom Einloggen bis nach Suldazar. Denkt mal, das könnte euch helfen, auch wenn die sich ein bisschen unterscheiden, je nachdem was für eine Klasse man spielt. Falls ihr mir ein bisschen helfen wollt, dürft ihr gerne euren Adblocker deaktivieren. Das wird mir ziemlich helfen. Und ich sage schon mal im Voraus Danke. Vielleicht machen es einige von euch. Jetzt musste man hier hinlaufen. Anquatschen. Diesen Paladin-Geist, wie auch immer. Sprichblase anklicken. Und dann ist schon die Quest bereit zur Abgabe. Quest ist abzugeben bei Delia Zwielicht-Bahn. Auf der Winsel des Verbanden an dieser Position. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne mir auch helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte seinen Abonnier-Knopf ein. Des Weiteren findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Heiz okay? See!